In diesem Video zeige ich nicht weniger als sechs Variationen mit Pivot-Tabellen im Datenmodell oder DAX-Funktion, die Anzahl eindeutiger Namenskombinationen zu ermitteln. Und natürlich gibt es noch viel mehr, aber hier erstmal ein paar Variationen mehr. Das Problem ist in den letzten Videos schon beschrieben worden. In meiner Seminarliste hier, da sind drei Tage beschrieben, sind einige Personen doppelt vertreten. Und ich möchte halt wissen, wie viele Personen sind einmalig in meiner Liste, verteilt aber auf zwei Spalten. Das Ganze jetzt mit dem Excel-Datenmodell und den DAX-Funktionen. Und erstmal einen heißen Dank an alle Unterstützer des Kanals. Und nochmal erinnert sei an unseren Excel-Stammtisch am 8. und 29. April, jeweils ab 19 Uhr. Man kann dort via Microsoft Teams oder online teilnehmen. Der Teilnahmelink ist hier beim Meetup. So, die Daten habe ich einmal in ein neues Blatt, in eine neue Arbeitsmappe kopiert. Die Tabelle heißt Tab-Teilnehmer. Das Ganze ist als Tabelle organisiert. Und ja, hier sind die Daten drin. Ich füge jetzt diese Tabelle ins Datenmodell ein. Aber, aber nicht folgendermaßen. Nicht mit Einfügen, Pivot-Tabelle. Nicht hier, nicht dem Datenmodell diese Daten hinzufügen. So nicht. Auch nicht mit PowerPivot dort auf zu Datenmodell hinzufügen. Das Ganze ist mir zu statisch, zu starr, dass die Daten, so wie sie sind, nur gezogen werden können. Ich habe bei vielen Power Query und PowerPivot-Seminaren, DAX-Seminaren gelernt, dass die Variante über Power Query die optimale ist, weil man da den Import noch ein bisschen besser steuern kann. Ich klicke auf Daten, Daten abrufen oder direkt hier aus Tabelle-Bereich Daten abrufen und ziehe mir die Daten aus dieser Tabelle. Ich stehe da ja gerade drin und habe hier die Möglichkeit, auch den Namen der Abfrage ein bisschen besser zu steuern, weil die Tabelle heißt ja schon Tab-Teilnehmer. Und so kann ich das, was ich im Datenmodell und das, was ich als Tabelle habe, so ein bisschen besser auseinanderhalten. Ich nenne sie mal Query-Teilnehmer. Und sehe auch, dass das System von sich aus erkannt hat, das als Text vorne beides, hier einmal den Datumstyp auf Datum, den Datentyp ändern, einmal ersetzen. Und ich sehe ja auch, dass ich hier variieren kann, wie heißt die Tabelle, die ich daran ziehe und kann die auch noch umlenken. Das Ganze lade ich jetzt ins Datenmodell als Verbindung. Klicke oben auf Schließen und Laden, Schließen und Laden in, also nicht direkt ins Blatt laden. Ich habe sie ja schon im Blatt. Meine Grundeinstellung ist Verbindung ins Datenmodell. So, damit können wir starten. Das heißt, die Daten sind nun im Datenmodell. Und entweder klicke ich hier, sollte ich die Schaltfläche sehen, auf Daten, dort auf zum Power-Pivot-Fenster wechseln, diese lindgrüne Schaltfläche oder oben Power-Pivot. Das gibt es als Add-in ab Excel 2010, muss man sich gesondert installieren. Ab Excel 2013 ist es fest drin. Das, was ich hier mache, funktioniert nicht auf dem Mac und nicht in Excel Online. Dafür braucht man nämlich das Datenmodell. So, und das ist da nicht. Ich klicke oben links auf Verwalten. Und sehe die Abfrage, die ich gezogen habe, die jetzt als Tabelle hier ins Datenmodell, als Auswertung hier zur Verfügung steht. Ich sehe hier die Spalten auch nochmal. Steuere noch ein bisschen nach, dass das doch hier so dargestellt werden soll mit dem Datum. Ich brauche das eigentlich gar nicht. Ich könnte es löschen, aber ich mache es nicht. Und ich erzeuge jetzt mal direkt eine Pivot-Tabelle aus dem Datenmodell und habe damit vielleicht schon die Möglichkeit, das gewünschte Resultat zu erzielen. Aber es gibt ein paar Herausforderungen. Und zwar, neues Blatt nehmen wir mal. Ich habe ja in meiner Tabelle, ich sehe hier auch beide jetzt. Deshalb ist es ganz gut, dass ich weiß, welches ist die Query, welches ist die Tabelle. Ich habe doch da Nachnamen zum Beispiel und Vornamen. Und sehe auch die Kombination A. Es gibt hier Bernd Müllers und Günther Müllers. Und wenn ich den Namen nochmal in die Werte ziehe, sehe ich auch, wie oft das so ist. Ich sehe hier zum Beispiel zwei Bernd Müllers. Ich vergrössere mal ein bisschen. Zwei Bernd Müllers und zwei Adam Winklers. So, ich will aber die Liste der Einmaligen haben. Das sind also 13 Anmeldungen in meiner Liste. Ich baue hier die Struktur auch mal kurz um. Klicke auf Entwurf oben, Berichtslayout, Tabellenformat und nehme die Teilergebnisse weg. Ganz links oben, Teilergebnisse nicht anzeigen. So, jetzt sehe ich das einfach als kompakte Tabelle. Namen werden jetzt gerade nicht wiederholt, wenn die mehrfach vorkommen. Und das sind 13 Eintragungen, weil ja zwei Personen hier und hier doppelt sind. Es gibt aber was ganz Tolles eigentlich, aber es sind ja zwei Spalten. Eigentlich könnte ich jetzt, wenn das eine Spalte wäre, folgendes machen. Ich klicke mit rechts auf die Auswertung, Werte zusammenfassen nach, weitere Optionen. Und dort gibt es unten diskrete Anzahl. Das wäre eigentlich mal eine Variante 1. Ich sehe also, in Summe sind das 11 unterschiedliche Einträge. Aber ich habe ja zur Auswertung den Nachnamen hier ins Feld meiner Werte gezogen. Und da sagt er, ja, das sind doch nur acht diskrete, acht unterschiedliche Namen. Und die sind dann halt kombiniert. Es gibt halt einen Günther Müller und einen Günther Meier. Beziehungsweise andersrum, Meier, Günther, Meier, Hanna. Müller, Bernd, Müller, Günther. Janssen genauso. Und die zieht er mir dann nochmal ab. Und das ist also so nicht nutzbar gerade. Aber das kann man reparieren. Also statt dieser Variante gibt es jetzt noch ein paar andere Möglichkeiten. Und jetzt kommen eigentlich die sechs Variationen. Ich gehe mal ins Datenfenster von Power Pivot hier. Wo habe ich es? Und füge die Namen einfach zusammen. Das heißt, ich nehme die Vornamensspalte. Ich klicke hier auf Spalte hinzufügen. Nimm die Vornamensspalte in der Bearbeitungszeile. Gleich voran, nimm die Vornamensspalte, mach ein kaufmännisches Und, eine Leertaste von mir aus dazwischen, eine, ein Kaufmanns Und, so, eine Leertaste in Gänsefüßchen und hänge den Nachnamen da dran. Und somit, ich drücke Enter, habe ich eine Kombination aus Vor- und Nachnamen und die werte ich aus. Die steht mir jetzt in Pivot zur Verfügung. Ich benenne die Spalte mit rechter Maustaste auch um. Spalte umbenennen. Nennen sie mal Name. Das ist aber nicht optimal, weil diese zusätzlich hinzugefügten, berechneten Spalten natürlich den Speicher, den Arbeitsplatz von Excel belasten hier, meines Datenmodells. Ich zähle jetzt die Namen aus und mache hier mal die diskreten, wie gerade auch. Und da kommt er jetzt auch auf 11. Das ist also schon mit diskreter Anzahl möglich. Er sagt, die Kombination aus Nachname, Vorname, egal wie rum ich die schreibe, die ergibt hier die Summe 11. Und natürlich steht mir auch das Feld Name einfach vorne zur Verfügung jetzt, dass ich sagen kann, hier sind doch meine Namen, so wie ich sie gerade drüben aufgebaut habe. Und jeder kommt nur einmal vor. Und das braucht man da ja schon gar nicht mehr sagen. Obwohl, wenn ich das hier rausnehme und wieder reinschiebe, dann sehe ich wieder, wie oft die vorkommen. Also ich könnte mir beides anzeigen lassen. So, das als eine Möglichkeit. Ich lasse nochmal hier die diskrete Anzahl stehen. Und jetzt kommen ein paar DAX-Funktionen. Und drei davon setzen auf die verbundene Zelle, also die, wo ich die Namen generiert habe. Und zwei brauchen das nicht. Die kommen dann ganz zum Schluss. So, also, ich habe hier die Spalte Name und ich erzeuge nun, ich klicke mal unten hin, ein neues Measure. Und dieses neue Measure, das mache ich jetzt mal hier an dieser Stelle. Das nenne ich Anzahl Einmalige. Und Doppelpunkt gleich, das benenne ich da gleich, Doppelpunkt gleich. Damit wird vorne der Name definiert und dahinter kommt die Formel. Distinct Count zähle die Anzahl von Einmaligen. Und da habe ich ja die Spalte Name. Ich nehme nicht die einfach ohne Abfrage, ohne Tabelle. Hier unten, ich nehme die mit. Dann ist das deutlicher. Sollte es nämlich in einer anderen Tabelle auch nochmal Namen geben, weiß ich, aus welcher Sicht die zieht. Und unten wird dann gleich schon die Zahl 11 mit angezeigt. Das heißt, das steht mir zur Verfügung. So, die nächste Variante mache ich auch hier und dann gehe ich mal zu Excel rüber. Ich könnte die Daten, die ich hier habe, da sind ja mehrere doppelt. Adam Winkler ist doppelt und noch jemand ist doppelt, Bernd Müller. Die könnte ich erst in eine Tabelle packen. Ich nenne sie mal Zeilenanzahl Liste Einmaliger. So, ich mache erst eine Liste von Einmaligen. Und zwar mit der Funktion Distinct kann man eine Liste von einmaligen Werten erzeugen. Das hier erzeugt eine Liste, eine neue Tabelle. Die sehe ich gerade nicht, aber das ist eine Liste der einmaligen Namenswerte hier. Die alleine hilft mir nicht. Ich packe da noch eine Funktion vor, nämlich CountRows. Und somit zähle ich, da geht schon gleich die Klammer auf, somit zähle ich, wie viele Zeilen hat denn diese Tabelle einmaliger. So, und das heißt, auch hier kommt die Zahl, unten sehe ich es, die Zahl 11 bei raus. So, ich wechsle mal rüber ins Excel, machen wir mal da einfach weiter. Ich ziehe mir die beiden Einträge hier einfach mal in meine Tabelle und komme auf die gleichen Ergebnisse. Ja, auch mal nur den Nachnamen und den Vornamen dahinter. Es gibt zwei eindeutige Meiers. Wenn ich nur den Nachnamen anschaue, packe ich mir noch den Vornamen dazu. Es ist wirklich dasselbe Ergebnis immer. So, jetzt mache ich noch ein neues Measure, das auch auf diese Namensspalte, auf die verbundene setzt, rechte Maustaste auf die Abfrage hier, auf die Tabelle, Measure hinzufügen. Und ich nenne es mal Zeilenanzahl von Values. Ja, so, so ist der Name der Abfrage, Zeilenanzahl von Values. Und darunter nehme ich auch dieses CountRows. Ebenfalls nehme aber nun statt Distinct, wo ich ja eine Liste der Einmaligen gemacht habe, Values stattdessen. Also ansonsten ist alles gleich. Da wird auch was zurückgegeben, Anzahl unterschiedlicher eindeutiger Werte, einer Spalte. In einem Blogbeitrag von Marco Russo ist aber noch ein Unterschied zwischen Distinct und Values besprochen worden, dass bei verbundenen Tabellen, wo es auch beim linken Join leere Einträge geben würde, dass die dann auch mitgezählt werden würden. Ich kann ja mal einen Link unterhalb des Videos packen. So, einfach Values. Also in meinem Fall, jetzt liefern die das Gleiche. Das zeigt halt auch, wie viele Varianten es da gibt. So, das Ganze hier, CountRows Values, erzeugt auch eine Liste der einmaligen Einträge. Aber das ist eine Spalte, das sind nicht zwei. Nicht Vorname und Nachname, die nebeneinander stehen. Mach es als Standardzahl rein, ist okay, klick auf okay. Und auch die, hole ich mir mal in die Auswertung, liefert genau das Gleiche. Also, genau die gleichen Ergebnisse. So, und jetzt verzichte ich einmal auf die Namensspalte mit den verbundenen Namen, sondern klick mit rechter Maustaste auf Measure hinzufügen und hole mir mit Group By und Summarize jeweils ebenfalls eine Tabelle. Group By. Moment. Erstmal das Measure benennen. Zeilen, Zahl der Gruppierten, nenne ich es mal. So, und hier auch CountRows, also zähle die Zahlen, statt Distinct Count immer, ne? Zähle die Zahlen, weil hier hinter kommt jetzt eine Tabelle mit den gruppierten Daten. Gruppierungen, kennt man vielleicht auch aus Power Query, mit den gruppierten Daten von der Abfrage, Query der Teilnehmer, das ist der Name der Abfrage, und welche Spalten sollen da gruppiert werden? Und das kann ich jetzt hier nämlich ad hoc machen. Nimm mal Vorname, Nimm mal Nachname und, 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 und. Mach die Klammer von Group By zu, mach die Klammer von CountRows zu. Also hier wird, Moment, ich drücke hier mal Enter. Hier wird mit CountRows gesagt, zähle die Anzahl, wenn die beiden Spalten gruppiert werden und somit auch die einmaligen resultieren. Auch das lasse ich mal im Standardformat. Und auch hier gibt es die gleichen Ergebnisse. Ja, hier gibt es die gleichen Werte. Und das Ganze, und das Ganze der, und das Ganze der Vollständigkeit halber, was heißt vollständig? Jetzt gibt es noch mehr Varianten, freue mich auf Feedback in den Kommentaren dazu. Noch ein Measure, das erzeuge ich mal oben bei Power Pivot. Da kann man auch Measures erzeugen. So, ich muss aber gucken, in welche Tabelle wird das projiziert. Hier in meine Tabelle Query Teilnehmer. Das Measure heißt, Zeilenzahl von zusammengefasst. So, und dann nehme ich die Funktion Summarize. Auch hier CountRows, kennen wir ja schon. Summarize. Summarize erstellt eine Zusammenfassung von Daten einer Tabelle und gruppiert die. Genau, ja, das gleiche wie gerade auch hier die Query Teilnehmer. Auch hier die Spalte Vorname, die Spalte Nachname, Klammer zu Summarize, Klammer zu CountRows. Einmal die Formel gecheckt, keine Fehler. So, ein bisschen anders organisiert hier. Gucken wir mal. Einmal vergrößert. Ja, Zähle. Wie viel gibt es hier? Tabellenname, Spalte 1, Spalte 2 und einmal auf OK geklickt. Zack. Und das auch mit eingefügt. Wird ja schon langweilig, ne? Ach, die ist direkt so reingekommen. Also wenn ich hier oben rübergehe, wird mir die direkt eingefügt. Aber auch hier das gleiche Ergebnis. Und jetzt kann ich natürlich hier den Vornamen mal rausnehmen. Ich könnte stattdessen den Nachnamen reinpacken. Ja, ich kann aber auch den Namen reinpacken. Dann sehe ich es natürlich überall eindeutig. Also ich habe hier sechs Variationen mit Nutzung des Datenmodells. Die Liste einmaliger Kombinationen anzuzeigen. Ja, VBA gibt es da natürlich auch noch. Vielleicht eine nutzerdefinierte Funktion, eine User Defined Functions. Und ich freue mich wie immer auf Feedback. Bleibt gesund und ja, bis zum nächsten Video.